Willkommen zurück Leute hier bei Let's Play Shadow Hearts 2. Hier nennt euch Weinkeller. Heute Weinkeller Tür. Nein, nein. Das Ende vom Weinkeller und wir sehen durch Joachims männliche Beine die Zauberkriegerin Veronica. Das ist der Bürgermeister. Und Carol. Ja, die sehen wir auch. Er atmet und kann daher nicht tot sein. Sehr schön. Er versucht verzweifelt vorzugeben, dass er bewusstlos ist. Okay. Da sind die Kinder. How dare you? Joachim. Großer Bruder. Seid ihr beiden okay? Wir holen euch sofort hier raus. Ich wusste doch, dass ihr Idioten früher oder später kommen würdet. Wer bist du? Ich fürchte, ich habe den Doofmann und Bürgermeister übel mitgespielt. Ich habe diese beiden als Köder für euch benutzt. Also war die seltsame Atmosphäre, die wir gespült haben, von dir, wie? Ich denke mal, jetzt macht euch fertig für eure Bestrafung. Wie Yuri schon sagt ihr, wir stehen nicht unbedingt auf sowas. Ich habe die seltsame Atmosphäre, wie ihr euch benutzt, wie ihr euch benutzt, wie ihr euch benutzt, wie ihr euch benutzt. Ha! Silly outfit, huh? My name is Veronica, if you must know. But the time for talk is over! You're a king! Big brother! What is he doing? In Heldenspiel? Is it what I think it is? What's going on? Woher kommt die Sintromosie? The champion of truth and justice! Grand Papillon! Ready to fight all evil doers! Ugh! So lächerlich es aber auch ist, es sieht verdammt gut aus damit! Also, sie stillt ihm! Interessanterweise, ja, es ist ein One-on-One-Duel gegen Veronica! Har-di-dar-di-dar! Das Schöne ist, in seiner Grand Papillon-Form ist er deutlich stärker als in seiner normalen Form. Ich kann auch ein bisschen mehr wegstecken. Und, sowas mag ich! Ja, macht das... Ja, in zwei, in drei, in drei... Dann setzen wir doch mal die Muskelkünste ein! Show me your moves! Immerhin heile ich mich dadurch, genau! Das ist eigentlich schon alles, warum ich das überhaupt gemacht habe. Einfach nur, damit ich sicher gehen kann, dass wir... Ja, dass ich sowas mache. Aber hey, ein Tritt in die Magengrube reicht auch aus! Dann passt das wieder! Das alles, die traurige ist, dass er allein jetzt auch die Erfahrungen einsammelt. Wofür habe ich eine Party dabei? Wofür? Für gar nichts? Scheinbar! Nicht zu schabber, Mastwanderer! Hahaha! Kein Schöner kann gegen meine rippelnden Muskeln stehen! Ich will nicht fliegen, wie moderne Spiele sagt. Aber in moderner Spiele hätten wir gewusst, dass du sowas nicht gemacht wirst. Ich wollte total übertreibend sein von damit. Ah, das sieht ziemlich schwer aus. Komm, wir müssen uns helfen! Wir müssen wirklich in den Mitteln dieses Mal kommen. Die Antwort ist wohl ja. Gut, diesmal ein Kampf der Sondergleichen. Nein, eigentlich ist es ein Kampf wie jeder andere auch. Tausendfüßler, Mersot und Gregor. Das sind unsere Gegner. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob diese Gegner hier respawnen. Also werde ich sie einfach mal eben platt machen. Natürlich in der Hoffnung, dass sie eben nicht respawnen, aber... Sollten sie respawnen, dann werde ich es ja sehen. So, letzter Gegner. Mersot. Ach, Grand Babylon, du heilst dich jetzt mal bitte erstmal. Ah nein, jetzt ist er wieder Joachim. Ja, ich bleib bei Joachim, obwohl man den ganzen Tag gehört hat, dass er Joachim ausgesprochen wird. Joachim, meh. Ja, super. Gut, dass ich dich gerade geheilt habe. Mach's nochmal! Weil's so schön war. Ah, herrlich. So. Gucken wir mal, wie viel Schaden wir so verursachen. Oh. 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 Eine kleine Delle in seiner großen, großen HP-Leiste. Aber die Delle wird größer. Und das ist gar nicht mal so langsam. Und alleine kann er wenigstens kein Kombo holen. Nur Limmeln. Äh, super. Jetzt wird Joachim abgestempelt zum Zustandsveränderungsheiler. Netter Beruf, ne? Braucht man keine Ausbildung für. Ach, ja. Oh, verteidigen runter. Wuhu. Es ist schön, dass selbst Bosse dagegen nicht wirklich gefallen sind gegen, ja, ich würde jetzt sagen, die zufälligen Veränderungen des Rings, die man ja einsetzen kann. Es sind aber nicht zufällige. Es sind ja von uns erzwungene mehr oder minder. Aber sie sind dagegen empfindlich, beziehungsweise nicht die Moon, das reicht mir dann. Oh yeah. 61. Das ist aber noch nicht viel, aber wir arbeiten dran. Ich glaube, du wirst nie dazu kommen, wirklich viel zu machen. Aber mach mal eine Verlustberührung. Dann machen wir halt hier eine Mini-Combo. Ich glaube ich nicht machen kann, weil dabei nichts passiert, so wie es aussieht. Ha. K-K-K-K-Kombo-Breaker. Sorry, musste mal sein. Moment, Wut. Ja, Wut. Dammit. Egal. Nicht der höchste Effekt, 36 wäre jetzt der höhere Effekt gewesen, aber eh, 30. Nehmen, was ich kriegen kann. Ihr seht, definitiver Unterschied gegen Froggy McFrog. G-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Dann wiederum, wenn du es gegen Yuri machen willst, bitte sehr. Knock yourself out, my friend. Knock yourself out. Boah, Joachim, was ein Biest. Holy cow. So wie der Frosch gerade aussieht, so sah ich immer in der Schule aus. Nehmen wir dieses Blut. Nein, kein Witz, so kommt es für mich hin. Was, er ist ausgewichen? Sauerei. Ja, die Lähmung hätte mir jetzt eh nichts mehr gemacht. Karin drückt gleich durch. Kriegen wir aber vorher platt, wenn ich jetzt nicht mit allen die Angriffe versaue. Reicht. So muss das sein, Leute. Und dafür kriegen wir sogar ein neues Symbol. Und ein paar Seelen. Nicht zu viele, aber genug. Ich glaube sogar für ein neues Level-Up. Für Barbaria. Naja, siehst du... Ja, was sehe ich? Es tut mir leid, echt. Ich mache sowas nie wieder, versprochen. Und ab heute hättest du dich von der Seemöwe-Fan verstanden? Ja, verstanden alles, was ihr wollt. Ich verdanke euch all mein Leben. Ich werde meine Raffsucht zügeln und nie wieder jemanden belästigen. Ich verspreche es. Ja, ja, ja. Okay, wir vergeben dir für dieses Mal unter einer Bedingung. Eine Bedingung... Ich hoffe, nichts allzu schwieriges. Wir brauchen ein Schiff nach England. Muss ich noch deutlicher werden, oder was? Nein, mein Herr. Ich werde alles vorbereiten, weil das ist nur mir. Okay. Das geklärt. Bleibt noch einiges zu tun. Selbst hier in Le Havre. Und nicht nur in Le Havre, sondern auch noch im Weinkiller. Ja, wer hätt's gedacht. Auch da haben wir ein bisschen was zu erledigen noch. Was natürlich jetzt erst freigeschaltet wird. Man kennt's ja. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause, Joachim. Ich wusste, du würdest uns retten. Jetzt wechsle ich doch zu Joachim. Ja. Entscheidung über Entscheidung. Aber wie gesagt, im Normalfall werde ich jetzt bei Joachim bleiben. Es ist einfach so normal. Ja, da seid ihr alle. Ich hab euch auf gewartet. Auf euch gewartet. So, Entschuldigung. Entschuldigung. Der Bürgermeisterkampfverband hat sich entschuldigt. Er hat versprochen, den Laden in Zukunft in Ruhe zu lassen. Ich bin erleichtert. Hat er das wirklich gemacht? Ja. Hat auch gesagt, er würde den Schatz da unten vergessen. Jetzt kann ich entspannt an das Geschäft denken. Wir sind ja so froh, Oma Lott. Wir bekommen die Schiffsreise, die wir wollten. Ende gut. Alles gut. Danke für alles, was ihr getan habt. Ich bete für eine gute Überfahrt. Wenn ihr hier wieder vorbeikommt, besucht uns. Wir alle hier würden uns so sehr freuen, euch wiederzusehen. Oma, ich muss mit dir reden. Was ist los? Ich fahre mit Ihnen. Was? Ich will reisen und meine Fähigkeiten ausbauen. Und wer weiß. Vielleicht finde ich hier irgendwo auf dem Weg einen Lehrer. Bist du wirklich sicher, dass du mitkommen willst? Lehrer, wofür? In der Stadt gibt es keine Bösewichte mehr. Meine Arbeit ist erledigt. Oma hat mich einst rettet, als ich wie tot am Rande der Straße lag. Ich bin dankbar, aber jetzt muss ich gehen. Ich erinnere mich daran, als du nur eine sterbende Fledermaus warst. Aber es ist dir alles gut gegangen. Also, fahr mit Ihnen. Werde geschickter und komm zurück, um mir zu zeigen, wie stark du geworden bist. Danke, Oma. Danke. Du, was witzig, stimmt's? Mit uns zu reisen wird kein Zucker schlecken. Yuri, du wirst doch herausfinden, wer ich wirklich bin, oder? Naja, irgendwie schon, aber... Wenn du mich mitreisen lässt, erzähle ich es dir vielleicht eines Tages. Verdammter! Gut, mach, was immer du weinst. Also, einverstanden. Danke, dass ihr mich mitreisen lasst. Nimm mal diese Posen. Was ist denn los, Oma? Da, nimm. Das ist für euch alle. Sie haben Solomon Schlüssel erhalten. Der Schlüssel von König Solomon. Zeige ich euch. Ist besser, als das sich durchzulesen. Das macht ja dann erstmal trotzdem keinen Sinn. Was ist das? Ich habe selbst ein bisschen herumgestöbert und dabei dieses Buch gefunden. Du hast herumgestöbert? Wann zum Teufel hast du denn das gemacht? Ich musste einfach herausfinden, was da unten lag. Aber ich habe nur dieses alte, verrottete Buch gefunden. Ich hoffe auf wertvolleres, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Weißt du etwa, was das mit diesem Buch auf sich hat, Geppetto? Keine Frage. Das ist König Salomons Schlüssel. Eines der verlorenen, großen, schwarzen Bücher. Dieses Buch enthält eine Karte, wo die 72 Dämonen, die König Salomon beschwor, verzeichnet sind. Erinnert euch an die Symbole, die wir auf der Reise gesammelt haben? Symbole? Oh, du meinst diese Dinger, die so absolut nutzlos sind, ja? Dieses Symbole meinst du? Du musst nicht schmollen, nur weil du sie nicht ausrüsten kannst. Du bist eben nur ein großes Kind. Pfff. Halt den Mund. Hey, ich rede hier, Leute. Und ich werde euch jetzt was ganz Wichtiges sagen. Also Ohren aufgeschwert. Man sagt, dass wer die Dämonen in diesen Symbolen richtig platzieren kann, ungeahnte Zauberkraft bekommt. Oh, wir platzieren die Symbole auf dieser alten Karte, stimmt's? Aber wie wissen wir, wo genau wir die Symbole hinlegen müssen? Das ist doch genau die Frage. Vielleicht können wir raten, je nach Vorliebe und Eigenarten jedes Dämons. Aber die Reise vor uns ist lang. Sicher finden wir das irgendwie raus. Oh mein Gott, das ist wirklich ein Schatz. Echt, herzlichsten Dank. Aber ist doch gern geschehen. Ich hoffe, ihr könnt es gebrauchen. Ja, so. Jetzt erkläre ich es nochmal. Auf Deutscher? Nein, nicht wirklich. Wir haben eine Symbolliste. Das Nette ist, die Dämonen sind wenigstens für uns, ich sage immer, vorarrangiert. Wir haben hier zum Beispiel Dämonen aus diesen Gebieten. Das sind alle Gebiete, in Anführungsstrichen natürlich, die es im Spiel gibt. Zum Beispiel die Zaubersee. Da haben wir Crokel und Fokalor. Dann wird erklärt, ein schwarz gekleideter Engel mit Silberhaar und Goldaugen lebt nahe Wepaar, liebt Kunst und spricht mit Dämonen anderer Gebiete. Das heißt, er wird zum Beispiel hier sein. Oder hier. Oder Das ist natürlich das Problem, wenn man nicht viele hat. Oder hier. Nein. Oder daneben hier. Das wird erst wichtig, wenn wir alle Dämonen haben. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man müsste jetzt gucken. Ähm, gigantisch an Regenwolken gekleideter Dämon. Beführt Wassergezeiten und Winde nach Belieben. Ist aber an Land nutzlos. Das können jetzt zum Beispiel hier sein. So. Problem ist, wie gesagt, oder was ist das Problem? Aber man hat erst einen Effekt, wenn man alle hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei. Hier müssten wir sogar alle haben. Das ist schon mal gut. Äh, ein Dunkleiner mit Rahmen. Fangen wir mal oben an. Er zettet Kriege und Duelle an, denn er liebt romantische Tragödie. Kriege und Duelle, Kriege und Duelle, Kriege und Duelle. Könnte hier sein. Sieht aber ja nach Tanzen aus. Was haben wir hier? Zuhause im Küstenwald. Wird mir das nicht ganz sein studieren. Äh. Ah, er scheint als herrliche Frau, die alle Lebewesen um den Finger wicket hast. Männer und lebt mit schönen Frauen auf dem Seeufer. Schöne Frauen auf dem Seeufer. Definitiv gut. Dann. Die sein, ja, okay. Er scheint als Krieger in Silberrüstung, kann betören und fängt Männer und Frauen in der Falle, die sein Zelt im Wald wirklich ist. Also ungefähr da. Dann haben wir Sidri. Eine junge Frau mit Federnschmuck. Verführt Männer mit dem Bild einer Frau, die im See schwimmt. Hä. Hast Männer und lebt mit schönen Frauen am Seeufer. Dann lebt er wohl eher hier. Und Sidri lebt hier. Remori ist zumindest ein Nachbar, das ist gut. Denn das ist wichtig für so eine, ich sag mal, Beziehung da. Äh. Er scheint als Krieger in roter Rüstung verachtet alle Lebewesen außer Vasago, in dessen Nähe er sein Haus gebaut hat. Dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass er ungefähr hier ist. Ein Hirsch mit Blitzschwanz. Ob Frau oder Mann, alle, die ihn sehen, verlieben sich ineinander. Lebt nahe Grimori im Nordwald. Also hier. Klingt zumindest richtig. Ähm. Dann könnte er jetzt hier sein und anderes könnte dann hier sein. So. Habt ihr alle Symbole an den richtigen Ort gepackt? Erlernen die Symbole neue Zauber. Das ist jetzt vielleicht am Anfang erstmal ziemlich uninteressant. Aber auf die Neue ist es immer ganz praktisch. Mag Walddämonen und lebt in ihrer Nähe. Also wird sie wahrscheinlich da wohnen. Äh. Ja. Gigantische Krähe mit blutriefenden Krallen. Nett. Äh. Ein Ritter, der Soldaten führt, voller Misstrauen befürchtet er stets einen Angriff. Lebt mit seinen Soldaten im Wertum am Wald. Und der Dritte erscheint als weißer Altermann mit verkrüppeltem Bein. Lebt am Meer. Und reitet zum Reisen auf Krokodil. Verwandlungsmeister. Lebt am Meer? Kann man hier am Meer leben? Wo ist denn hier Meer? Hier ist kein Meer. Ist nirgendwo mehr. Vielleicht da. Das ist das Problem. Wenn man nicht viel hat. Na. Ihr seht, wir können also prinzipiell, abgesehen vom Waldkörper, momentan noch keine, ähm, Karten füllen. Das machen wir aber über das gesamte Spiel natürlich verteilt. Wir werden das gesamte Kartengebiet füllen. Wir werden also immer neue Zauber freischalten. Das ist fast eine Art Level-Up für die Symbole. Und dementsprechend ist es auch sehr, sehr wichtig für uns auf der Reise. So. Mit 100 Seen komme ich hier ein Level weiter. Sehr schön. 120. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ihr mehr Fusionen sehen wollt. Also werde ich mal für die nächsten Parts hoffentlich mehr Fusionen freischalten. Und jetzt geht es für mich wieder zurück in den Weinkeller. Das sehen wir aber dann erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und tschüss Leute.